Ich glaube an die Musik, so wie andere an Märchen glauben. Das habe ich von meiner Mutter und meinem Vater. Vor langer Zeit verliebten sich die beiden ineinander. Was guckst du so? Ich seh dich an. Ich muss gehen. Ich bring dich nach Hause. Nein, das geht nicht. Hey, hey. Hör mir zu. Dad. Du musst das Kind zur Adoption freigeben. Leila. Ich weiß ganz genau, dass sie mich immer wollten. Wo ist sie? Leila. Wie lange bist du schon hier im Heim? Elf Jahre und 16 Tage. Ich habe jeden Tag gezählt. Die Musik. Ich dachte, wenn ich spiele, würden meine Eltern wissen, dass ich am Leben bin. Und mich finden. Unsere Eltern werden nie kommen. Wenn sie uns nicht finden, dann müssen wir sie finden. Was bringt es zu singen? Sie wird mich nicht hören. Kann ich ihnen helfen? Ich suche meinen Sohn. Sein Name. Das weiß ich nicht. Du musst die Musik lieben. Mehr als das Essen. Mehr als das Leben. Mehr als dich selbst. Warum wollen sie ihn jetzt auf einmal? Ich wollte ihn immer. Es ist so, als würde mich jemand rufen. Nicht alle können es hören. Nicht alle hören zu. Ich weiß, es hört sich verrückt an. Aber ich kann ihn hören. Ich schwöre, ich kann ihn hören. Lass mich raus. Lass mich raus. Das ist er. Weißt du, was Musik ist? Eine harmonische Verbindung zwischen allen Menschen. Sie ist überall. Man muss einfach nur zuhören. Das ist die Musik. Das ist der Satz. Was ist der Satz. Ich schwöre, ich kann ihn hören. Ich wünsche dich. Vielen Dank.